Ich bin die Sina und ich mache seit neun Jahren Poledance, allerdings mit Unterbrechung. Ich habe vor eineinhalb Jahren wieder hier im Studio begonnen und das war die beste Entscheidung, die ich letztes Jahr getroffen habe. Ich würde meinem Anfänger Ich sagen, dass ich keine Angst vor den ersten Stunden haben brauche und dass viel, viel mehr möglich ist, als ich am Anfang gedacht hätte. Mit Poledance Vienna verbinde ich zusammen Halt, Spaß und eine tolle Community. Weil ich damals in Neuseeland war und ich glaube auf Facebook irgendein Video von einer Poledancerin gesehen habe und ich habe sofort gewusst, gut, das ist meine Sportart und ich muss das unbedingt ausprobieren. Ich besuche am liebsten Level- und Choreokurse, aber was ich am Poledance so großartig finde, ist, dass man selbst entscheiden kann, was man aus Poledance machen möchte. Also natürlich, es kann total sexy sein, es kann ästhetisch sein, es kann aber auch der reinste Kraftsport sein und auch Gerät turnen. Also ich finde, jede Person kann sich selbst entscheiden, was er oder sie aus Poledance machen möchte.